Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht es mit Objektorientierung in PHP los. Damit könnt ihr eure Projekte viel größer machen und viel komplexer als ihr es bisher gemacht habt. Deswegen ist es ziemlich geil und ja, ich möchte euch heute zeigen, was Objekte überhaupt sind und von was ich da zum Geier auch rede. Gut, fangen wir an. Und zwar das Schlüsselwort, das wir hier jetzt neu bekommen, ist Class. Class bedeutet, wir erstellen uns eine neue Klasse, das ist sowas wie eine Funktion, nur noch ein bisschen komplexer. Das heißt, wir erstellen uns hier was, aber wir machen aktuell eigentlich noch gar nichts damit. Okay, wir erstellen uns jetzt zum Beispiel die Klasse, die Klasse User. Dann haben wir gleich einen relativ praktischen Fall, denn man möchte vielleicht für jeden User ein Objekt anlegen, also eine Instanz der Klasse. Ja, egal, ich werde euch einfach erstmal damit konfrontieren und dann werde ich euch erklären, was es ist. Gut, wir haben jetzt hier noch mehrere Schlüsselwörter eigentlich. Und zwar, wir wollen, dass der User aus zwei Variablen besteht, nämlich einer ID und einem Namen. Also var definiert uns eine Variable. Ja, wir müssen jetzt hier tatsächlich var vorne dran schreiben, bislang mussten wir das nicht. Aber das liegt daran, dass wir hier keinen Wert zuweisen, sondern quasi einen Blueprint, also einen Rohlink von unserem User angeben. Und der hat natürlich keine Variable. Denn wenn ich sage, generell jeder User hat eine ID und er hat einen Namen, dann kann ich nicht sagen, jeder User hat die ID 1 und jeder User hat den Namen Morpheus. Denn das geht ja nicht. Es muss ja bei jedem User ein anderer sein. Deswegen, wir erstellen hier gerade einen Blueprint, also quasi einen Vordruck, einen Rohlink für unseren User. Okay, also $ID wäre die ID und var$Name wäre der Name des Benutzers. So, und das ist jetzt unsere Klasse. Wir wollen allerdings noch mehr. Und zwar eine Klasse kann auch Funktionen enthalten. Das ist ja praktisch. Zum Beispiel können wir sagen, ja, vielleicht irgendwas Komplexeres als einfach nur ausgeben. Könnt ihr euch sicher wahrscheinlich was darunter vorstellen. Zum Beispiel eine Anmeldefunktion oder sowas. Speziell für jeden User, dass jeder User auf eine Custom-Seite geleitet wird oder sowas in die Richtung. Keine Ahnung. Aber wir machen jetzt hier einfach mal nur eine Print-Funktion, eine Ausgabe-Funktion. Print me. So. Und hier rein kommt jetzt einfach nur ein Echo. So, und hier können wir jetzt auf die Variablen zugreifen. Auf diese ID und auf den Namen. Aber Vorsicht, wir können nicht einfach $ID oder $Name schreiben, sondern wir müssen jetzt über this gehen. This ist das aktuelle User-Objekt. Das bedeutet, this liefert mir sozusagen den User, mit dem ich es gerade zu tun habe. Also der diese Print me-Funktion aufgerufen hat. Also sagen wir mal, ich bin jetzt ein User. Ich bin eine Instanz der Klasse User. Also Morpheus. Das heißt, ich habe hier eine ID zum Beispiel 1 und als Name habe ich hier Morpheus. This liefert mir dann den kompletten Morpheus zurück. Wohingegen this und dann ID ohne Dollar. Das ist das Interessante da dran. This ID liefert mir die ID vom Morpheus. Also die ID von dem Morpheus. Das von ist dieser Pfeil hier. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel einen anderen User habt, also zum Beispiel The Morpheus, dann habt ihr hier als Name The Morpheus und ID 2 zum Beispiel. Und this referenziert mir den kompletten The Morpheus. Also einen komplett anderen Benutzer. Und die Funktion läuft dann komplett anders ab. Denn this ID liefert mir dann 2 und nicht mehr 1 wie bei dem anderen Morpheus. Und der Name liefert mir dann The Morpheus. Okay. Schön. Das heißt, wir wollen hier echo this ID. Wir wollen der Zeichen drin haben. Und dann wollen wir noch den Namen ausgeben. Also auch über this file name. So, das ist auch für mich sehr ungewöhnlich. Hier über diesen Pfeil und dann das Dollar nicht mehr hinzuschreiben. Hat glaube ich keine andere Sprache so in der Form. Aber okay, wir können natürlich hier auch wieder Parameter und so weiter eingeben. Das, was wir gerade brauchen. Wie bei jeder Funktion auch. Aber ich glaube, das brauche ich euch nicht erneut zeigen. So, und jetzt wollen wir uns ein Objekt oder eine Instanz von dieser Klasse User hier erstellen. Wie machen wir das? Naja, das haben wir eigentlich schon mal gemacht. Und zwar darüber, als wir uns mit der Datenbank verbunden haben. Das war nämlich auch objektorientiert, falls ihr euch da dran erinnert. Und das ist quasi eine neue Methode, wie man alles in PHP macht. Das ist ziemlich cool, wenn man das so machen kann. Okay. Genau, was wir jetzt hier machen ist, also wir erstellen den User $Morpheus. Normalerweise würdet ihr hier den User, entweder User 1 oder sowas nennen. Oder irgendwie anders. Also ihr wisst natürlich den Namen normalerweise nicht, weil man diese Objekte hier dynamisch erstellen kann. Also ich kann hier zum Beispiel sagen, ich kralle mir die ID aus meiner Datenbank. Ich kralle mir den Namen aus meiner Datenbank und dann erstelle ich mir ein Objekt vom Typ User. Also eine tatsächliche Instanz von diesem Blueprint. Und nur die Werte sind aus der Datenbank. Das heißt, ich weiß gar nicht, was hier drin steht. Deswegen sind es ja Variablen. Das ist ja das Coole gerade dran. Okay. $Morpheus ist gleich. Und jetzt einfach hier User schreiben. Also New User. So, und fertig. So läuft das. Und jetzt haben wir einen User Morpheus. Vorsicht, die ID und der Name sind beide noch leer. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas machen möchte damit, dann habe ich ein Problem. Jetzt brauche ich also erstmal, ich muss erstmal diese Variablen jetzt setzen. So, das mache ich, indem ich sage $Morpheus File. Und dann sage ich, okay, ich hätte gerne meine ID oder sowas. Das bedeutet, ich werde hier jetzt wieder drauf zugreifen. Auf den Morpheus. Also ich sage quasi, das ist jetzt ein User. Eins von diesen komischen User Objekten hier. Und ich möchte jetzt auf eine spezielle Variable zugreifen. Ich klappe quasi mein Morpheus Buch auf. Und lies jetzt da drin die Variable aus. Beziehungsweise ich schreibe was rein. Nämlich einfach wieder ID sage. Auch wieder ohne dieses Dollar. Genau wie bei dem This hier oben. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel in meine ID 1 reinschreiben. Und ich sage $Morpheus File Name ist gleich Morpheus. So, und jetzt haben wir hier drin die beiden Variablen hier gesetzt. Was wir jetzt tun wollen, ist wir wollen das alles ausgeben. Das heißt, wir können hier sagen, ich möchte die PrintMe Funktion aufrufen. Aber Vorsicht, die PrintMe Funktion muss auch über das Objekt hier vorne dran aufrufen werden. Das heißt, wir sagen $Morpheus File. Also wieder mal, ich klappe das Buch auf. Und dann rufe ich die Funktion auf von diesem User. PrintMe. Klammer, Klammer. Wie bei jeder Funktion. Semikolon. Ganz normal. So, also was habe ich hier gemacht? Ich habe mir einen neuen User erstellt. Habe ihn dann wie ein Regal oder wie ein Buch aufgeschlagen. Habe reingeguckt, was steht da alles drin. Habe einen von diesen Werten überschrieben. Und habe den zweiten Wert überschrieben. Und dann habe ich eine Funktion benutzt. Das heißt, eine Funktion über diesen kompletten Objekt. Und dann passiert folgendes. Wenn ich PrintMe aufrufe, könnt ihr euch das so vorstellen. Dieses Objekt hier, dieses $Morpheus, das verhält sich dann in dieser PrintMe Funktion wie $THIS. Das heißt, statt $THIS steht in diesem speziellen PrintMe Aufruf hier jetzt überall $Morpheus drin. Also haben wir hier $Morpheus ID, also die 1, die wir hier gesetzt haben. Und $Morpheus Name, also dieser $Morpheus hier. Sehr cool. Wenn wir das jetzt einfach mal ausführen, passiert folgendes. Es kommt 1 und Morpheus raus. Das heißt, wir haben alles erfolgreich gemacht. So, und jetzt machen wir das natürlich nicht nur für eins von diesen Objekten hier. Sondern wir wollen auch noch einen zweiten haben. Also zum Beispiel $Batman ist gleich New User, wie letztes Mal auch. Und hier sagen wir jetzt $Batman, der bekommt jetzt die zweite ID, ID gleich 2. Und er bekommt $Batman den Namen, äh, Batman, wie wär's. Und wir sagen $Batman, PrintMe. So, und so kann ich mir beliebig viele User erstellen. Ihr seht, das Ganze kann man vollautomatisch mit einer Schleife laufen lassen. Zum Beispiel für jeden User in der Datenbank ein Objekt erstellen oder sowas. Vorsicht, ihr braucht normalerweise nicht für jeden User in der Datenbank ein Objekt zu erstellen. Nur wenn man die Seite aufruft, das wäre ein bisschen arg ineffizient. Führen wir das Ganze aus, kommt hier 1 Morpheus, 2 Batman. Sowas kann man zum Beispiel auch super zum Loggen verwenden. Übrigens solche Print-Funktionen. Genau, das ist im Prinzip alles. Was wir jetzt noch, ja, das machen wir nächstes Mal. Und zwar, es gibt noch sehr, sehr viele Sachen bei Objektorientierung, die ihr bislang noch nicht kanntet. Und die einfach mega praktisch sind. Und euch das Arbeiten wirklich erleichtern. Also vor allem auch diese Übersicht, dass wir hier tatsächlich über einen User die PrintMe-Funktion aufrufen können. Und nicht einfach schreiben müssen, PrintMe$Name von Batman, Komma$ID von Batman oder sowas. Und dass wir dann einfach viel, viel weniger Variaten haben. Das ist einfach so viel übersichtlicher und viel praktischer. Deswegen, ja, kann ich absolut nur empfehlen. Okay, sehr gut. Machen wir das mal wieder rückgängig. Und das war es dann von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.